Die Roboterchirurgie ist eine wichtige weitere Entwicklung im Rahmen der minimalinvasiven Chirurgie. Moderne Robotersysteme erlauben uns präzise in Bereichen zu operieren, die eng sind, wie zum Beispiel das kleine Becken. Dort ist der Roboterarm sehr gut einsetzbar. Der Roboterarm ist flexibel, er kann 360 Grad bewegt werden. Das heißt, in allen Bereichen, wo wir enge Räume haben, ist der Roboter mit großer Präzision einsetzbar. Kleines Becken, im Brustkorb, wo wir an der Speiseröhre operieren, aber auch am Organsystem wie Leber oder an der Bauchspeicheldrüse können wir über die besondere Präzision des Roboters Rekonstruktion eben ganz präzise vornehmen. Die Roboterchirurgie wird in der Zukunft der Bauchchirurgie eine große Rolle spielen.